Hallo Freunde, ihr wisst ja, wie gerne ich mit Knete spiele. Deshalb habe ich mir ein neues Play-Doo-Spielzeug-Set besorgt. Damit kann ich den Trolls schöne Frisuren und Haarschmuck machen. Das ist unser Friseurstuhl. Unser erster Kunde ist Branch. Weißt du, welche Haarfarbe Branch hat? Dunkelblau. Damit geben wir der Frisur die gewünschte Form. Branch, bist du soweit? Tadaa! Diese Frisur steht dir. Fehlt nur noch eine Fliege. Die Fliege machen wir. Orange. Branch, mit dir bin ich fertig. Poppy, du bist dran. Poppy bekommt pinkfarbene Haare. ером Kauffenangor. hence schliegt noch, Mama aufbote. Bis zum nächsten Mal. Das sindcke, bin ich davon. Ich will. Ich habe midfurt. Ich finde mich daran, wie ich das Beste dierst Benzukut. Boer Worte da rein. Bis zum nächsten Mal. Ich habe mir die Frisur régelie. Ich habe die Fliege. Ich würde noch nach auoyo. Fiere zin. Ich bleibe wesen. Ich habe liebe Worte. Ich habe hier. Ich habe hier. Poppy hat wahnsinnig lange Haare, jetzt bekommen sie eine tolle Frisur. Das sieht toll aus, Poppy liebt Blumen, deshalb bekommt sie eine Blumenspange. Ich mache die Spange aus gelber Knete. Oh Poppy, das sieht aber hübsch aus. Ich finde dieses neue Spielzeugset wirklich klasse. Ich glaube, ich mache mir selbst auch eine Spange, eine kunterbunte. Tschüss. 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 Tschüss.